meine tante hat einen hund und ich bin allergisch gegen hunde aber egal ich suche ihn jetzt also ich suche ihn jetzt er schläft oder sie schläft es ist nur sie und eine hündin so ich suche die ich habe Angst vor dir ich habe mich Angst vor ich muss ein Foto geben oder ein Foto check nicht beißen du riechst die Angst ne du riechst sie alles gut wenn ich so ja mach dir deinen schmerz das geht alles klar oh widerlich es tut mir leid mal hier was wird bitte bitte nicht schlafen ich will dich nur einmal ganz nett angucken nein hey brüch dich kühlschrank das war jetzt eine richtige experience für mich einfach lebewesen anfassen today's subject slavery